Kampagnen-Gebotsstrategien gibt es auch für Sponsored Brands und das schon seit Jahren. Leider eine der unterschätztesten Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausspielung von Sponsored Brands. Diese verstecken sich im Bereich Keyword-Ausrichtung. Automatisierte Gebote. Lassen Sie Amazon Gebote auf Platzierungen außer erste Suchergebnisse automatisch optimieren. Bei einem solchen Satz sage ich natürlich immer gleich Stopp, Stopp, Stopp. Meine Ziele, meine Vorgaben. Nein, bitte nichts automatisch irgendwie anpassen. Deswegen sollte man es grundsätzlich ausschalten, wenn man keine Einflüsse von anderen Faktoren wie Amazon selbst oder deren eigenen Algorithmen da Zugriff lassen möchte. Ausschalten und nicht benutzerdefinierte Gebotsanpassung festlegen, aktivieren. Dann haben wir aber die Möglichkeit, diese zu aktivieren. Dabei haben wir zwei Themenbereiche nach der Aktivierung. Senken um, erhöhen um. Jeweils maximal 99%. Ihr seht schon, da geht es um die Platzierung außer erste Suchergebnisse. Sponsored Brands tauchen ja unter den Suchergebnissen auf, links von den Suchergebnissen, auf Produktdetailseiten zum Beispiel. Und hier war ich damals schon der große Fan, alles auf erhöhen um 99% zu setzen, um diese Slots unten auszufüllen, auf der Suchergebnisse, bevor ein Kunde eine neue Seite aufmacht, soll er doch bitte mich sehen. Die linken Seiten der Suchergebnisse gerade am Desktop zu setzen, aber auch um noch eine höhere Wirksamkeit auf den Produktdetailseiten zu bekommen. Zum explizit, wenn es um Eigenschutz- oder Angriffskampagnen geht, hat man hier zusätzliche Möglichkeiten, noch etwas zu machen. Warum 999? Entschuldigung, warum 999? Einfach das Doppelte. Die Zwischenwege sind mir zu fein granular, da bin ich eher der Fan von 0 und 1, Ja oder Nein, An oder Aus. Und das Zwischengespiele ist schwer dann zu messen, ob es jetzt wirklich daran lag oder nicht. Das zum Thema Kampagnengebotsstrategien für Sponsored Brands. Brands.